Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, bei diesem Antrag geht es uns darum, dass wir von Seiten des Abgeordnetenhauses und von Seiten des Senats ein klares Signal an das Unternehmen Vattenfall aussenden, dass wir den geplanten Abbau von mehreren hundert Arbeitsplätzen bei diesem Unternehmen nicht wollen, dass wir uns dagegen wenden und dass der Senat aktiv wird, um mit den Unternehmen in den Gesprächen, die er führt, klarzumachen, dass dieser Arbeitsplatzabbau als unfreundlicher Akt betrachtet wird und wir uns dafür einsetzen, gute Arbeitsplätze, die tariflich gesichert sind, wo qualifizierte Beschäftigte arbeiten, dass diese Arbeitsplätze erhalten werden. Vattenfall, meine Damen und Herren, hat vor, den Kundenservice bis zum 31.12.2018 zu schließen. Das bedeutet den Verlust von ca. 450 Arbeitsplätzen in Berlin. Vattenfall beabsichtigt, ab August auszuschreiben, ein Outsourcing-Projekt unter dem schönen Namen Projekt Foxtrot, Bau der Business Service outgesourced werden soll. Das würde bedeuten den Verlust von 300 Arbeitsplätzen in Berlin und damit nicht genug, bei IT-Services sollen ca. 100 Mitarbeiter abgebaut werden. Meine Damen und Herren, werden diese Pläne umgesetzt, bedeutet das den Verlust von mehreren hundert qualifizierten Berliner Arbeitsplätzen. Ich habe im Juni des letzten Jahres hier im Abgeordnetenhaus auf die geplante Abwicklung des Kundenservices hingewiesen und die Wirtschaftssenatorin gefragt, ob ihr das bekannt sei und was ihr dagegen tut. Die Antwort war, bisher sei noch nichts unternommen worden, aber, so Zitat, sie können davon ausgehen, dass wir diesem Punkt nachgehen. Davon würde mich gerne mal interessieren, worin dieses Nachgehen bestand und was unternommen wurde seit ca. einem Jahr, um hier gegenüber Vattenfall das Berliner Interesse am Erhalt dieser Arbeitsplätze deutlich zu machen. Es kann nicht sein, meine Damen und Herren, dass ein Konzern, der wirtschaftliche Probleme hat, weil er die Energiewende verschlafen hat, weil er sich viel zu lange in der Atomenergie engagiert hat, der verteuert Nuren gekauft hat und deshalb in der wirtschaftlichen Schieflage ist und jetzt bei dem Verkauf der Braunkohle in der Lausitz noch einmal hohe Wertberichtigungen hinnehmen muss, dass diese Zeche von den Beschäftigten gezahlt wird und dass hier qualifizierte Arbeitsplätze abgebaut werden. Vattenfall ist Grundversorger und ist gegenwärtig noch Netzbetreiber. Damit hat Vattenfall eine besondere Verantwortung, denn der Netzbetreiber und der Grundversorger ist auch verantwortlich, hat auch eine soziale Verantwortung, weil dann geht es unter anderem darum, dass über Härtefallregelungen verhandelt wird, über Ratenzahlungen, über Stundungen etc. etc. Wir haben 15.000 Stromabschaltungen im letzten Jahr gehabt. Wollen wir, dass diese Fragen demnächst im besten Falle mit einem Callcenter in Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommer verhandelt werden, im schlechten Falle mit einem Callcenter in Indien oder Rumänien? Meine Damen und Herren, ich glaube, hier müssen wir klar Position beziehen vonseiten des Abgeordnetenhauses. Die Business Services, dort arbeiten ca. 160 Arbeitsplätze für das Berliner Netz. Das heißt, das ist essentiell für das Funktionieren des Netzbetriebes. Wenn wir uns alle dafür einsetzen, dass wir eine große Netzgesellschaft wollen, dann heißt das auch, dass diese Tätigkeiten in die große Netzgesellschaft integriert werden müssen. Und wenn wir hier Diskussionen führen über Rekommunalisierung oder wie ein Teil des Hauses über Teilrekommunalisierung, frage ich, was wollen wir Rekommunalisierung, wenn vorher das Unternehmen ausgeflöht wird, die Qualifikation abgebaut wird und damit die Qualität der Dienstleistungen und all das gefährdet wird, meine Damen und Herren. Deshalb ist es auch in unserem unmittelbaren Interesse, hier klar Position zu beziehen. Und ich sage an dieser Stelle nochmal ganz klar, wir haben hier im Hause einmütig verabschiedet die Empfehlung der Enquetekommission. Und da haben wir auch darauf hingewiesen, dass die Servicegesellschaften zum Beispiel für den Betrieb des Netzes und den Erfolg der Energiewende insgesamt wichtig sind. Und ich zitiere an dieser Stelle nochmal aus dem einstimmig geforderten Beschluss. Dort heißt es, dass der Erfolg der Energiewende wesentlich davon abhängt, dass die umfassende energiewirtschaftliche Expertise dieser Beschäftigten in Berlin möglichst vollständig erhalten bleibt. Voraussetzung dafür sind geregelte Arbeitsbedingungen und eine sichere berufliche Zukunft, meine Damen und Herren. Und ich finde, das Abgeordnetenhaus sollte an dieser Stelle ein klares Signal für den Erhalt von Arbeitsplätzen in Berlin und die Voraussetzungen für qualifizierte Arbeit des Netzbetriebes zu aussenden und gewährleisten. Und ich sage an dieser Stelle auch nochmal an die Adresse zum Beispiel der CDU, es war und es ist möglich, bei dem Unternehmen Siemens hier eine gemeinsame Entschließung zur Sicherung von Arbeitsplätzen zu verabschieden. Und ich frage, sind die Arbeitsplätze bei Wattenfall weniger wert als die Arbeitsplätze bei Siemens? Ich sage nein, sie sind gleich wichtig und bedeutsam für die Stadt. Und deshalb bitte ich um die Zustimmung zu diesem Antrag. Vielen Dank, Herr Wolf.